Krasse Fakten über Videospiele. Nummer 1, 2013 hat dein Vater extra professionelle Spieler bezahlt, damit die seinen Sohn in World of Warcraft besiegen. Der Vater wollte nämlich, dass der Sohn endlich arbeiten geht, statt zu spielen. Nummer 2, ein Tag in Minecraft ist in echt 20 Minuten lang. Damit ist Minecraft 72 Mal schneller als die echte Welt.